Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Ausmist-Vlog. Hier ist der Papa. Hallo. Begeisterung ist da. Ja, Emmy ist auch da. Wir vloggen heute nicht so normal. Ihr seht heute nichts vom Alltag, was wir sonst machen, sondern heute geht es wirklich nur ums Ausmisten. Jetzt, wo die Kinder zu Hause sind, ständig, andauernd, wo wir alle quasi ständig zu Hause sind, merkt man einfach, wie unordentlich unser Haus ist, weil wir so viele Sachen haben. Das ist unsere schlimmste Ecke im Wohnzimmer. Die Kinder rammeln die immer voll. Egal, was sie sich da rausnehmen, danach schmeißen sie es irgendwie rein, übereinander, querbeet, Bausteine mit irgendwelchen anderen Sachen. Warum ist das überhaupt hier? Das ist leer, das ist eigentlich Müll. Dann eine Babybohrenwindel, Papas Uhr, Plüschtiere, Kindertaschen. Mit dem fangen wir jetzt an, aber wir werden uns von Zimmer zu Zimmer durcharbeiten. Oder Baba, jetzt lass mal den Hund runter und jetzt machen wir mal was. Ja, der hat mein Accessoire. Komm schon, wir müssen das ernsthaft betreiben. Wir sind uns jetzt noch beschäftigt im Garten. Kann man mit dir auch mal irgendwas ernsthaft machen? Ich hole alles raus. Du machst keinen Stress. Das ist kein Stress. So geht das? Nee, das muss ich mal da weg. Ich tue sie mal alle runter. Ich muss jetzt kauen, was du wegkaufst. Ich hau mal alles runter und du kannst dann Sachen wegkauen, okay? Ich mach mit dir gleich. Bis zum nächsten Mal. Schaut euch mal das bitte an. Wie kann dieses ganze Zeug hier reinpassen? Das kann man irgendwie gar nicht glauben, oder? Aber das tut es tatsächlich. Und wir haben schon einiges hier zur Entsorgung. Weil das sind Spiele, die nicht mehr komplett waren. Puzzles, was auch immer. Ich habe jetzt ein bisschen hier geputzt, das Regal. Jetzt werden wir das wieder reinschlichten. Aber bevor ich jetzt hier weiter ausmiste und putze, habe ich für euch noch eine mega Aktion. Und zwar von Dyson. Die haben nämlich zur Zeit Spring Sale. Vom 16.04., also von heute, bis zum 19.04. gibt es unter dem Link, den ich euch unten in der Infobox reinposte. Wenn ihr den klickt, dann kommt ihr zu einer Seite mit mega, mega tollen Aktionen. Das coolste Angebot, haltet euch fest, ist definitiv der neueste Staubsauger. Und zwar der V11 Absolute Extra Pro. Den gibt es nämlich um 800 Euro mit dem Pure Cool Luftreiniger gratis dazu. Der kostet normalerweise 350 Euro. Und den gibt es jetzt einfach so extra dazu. Mega, also finde ich voll, voll krass. Und es gibt nochmal extra von mir einen Rabattcode. Und zwar könnt ihr mit Diana Diamanta Underline Spring nochmal 50 Euro sparen. Und das jetzt nicht nur auf den Staubsauger, nein, auch auf diese coolen Dyson Airwrap. Wisst ihr, könnt ihr diese coolen Locken machen. Oder auch auf diesen Haartrockner von Dyson. Oder auch auf diesen V11 Staubsauger, wie ich ihn schon erwähnt hatte. Also vorbeischauen lohnt sich. Da könnt ihr diese 50 Euro sparen, falls ihr das möchtet. Falls ihr aktuell gerade sowieso auf der Suche nach einem tollen Staubsauger seid. Oder eventuell euch diesen coolen Dyson Airwrap holen wollt. Dann könnt ihr mit meinem Code 50 Euro sparen. Aber nur heute. Also das muss ich nochmal ganz sagen. Nur heute. Wenn ihr das einlösen wollt, diese 50 Euro, dann könnt ihr das nur heute am 16. April machen. Denn es ist, wie gesagt, nur auf heute begrenzt. Und ja, ich würde mal sagen, ich würde mal weiter hier an die Arbeit gehen, weil es ist noch viel, viel, viel zum Ausmisten und zum Putzen. Also ja, let's go. Die Küche, wir haben zwei Küchen vielleicht, falls ihr das noch nicht wusstet. Wir haben sie hier immer stehen gehabt. Aber die stand irgendwie blöd im Weg, deswegen kommt die jetzt weg. Okay, ja, alles gut. Der Baba hat jetzt beschlossen, diese Küche ins Gartenhäuschen zu bringen. Sobald er mit dem Lichtschwert fertig gekämpft hat. Komm. Wer hat sie gebissen? Na, wer glaubst du hat das Lichtschwert gebissen? So, weg mit der Küche. Hier sind wir schon mal fertig. Wie ihr sehen könnt, alles schön geschlichtet. Schaut doch einfach toll aus. Nicht mehr so übermüllt. Die ganzen Kuscheltiere, die da oben gehangen sind, sind jetzt weg. Wir haben jetzt hier nur Luisas Playmobilhaus und Laras Silvanians Haus. Und hier ist alles schön geschlichtet. Die ganzen kaputten Spiele sind weg. Hier ist noch ein Baustein. Und wir haben die Kuscheltiere, habe ich dabei in diese Box hier hinein gestopft. Das ist eine Rollbox. Und diese Playmobil-Restchen haben wir noch. Mal schauen, ob wir das noch verstauen. Wir haben hier auch noch Spielsachen drin. Oh mein Gott, wir haben aber in jeder Ecke Spielsachen. Luisas Bügeltisch und Luisas Handstaubsauger. Weißt du, wie wäre es, Michelle? Ah, ich habe eine gute Idee. Bringst du das bitte ins Haus? Draußen. Vielleicht kann sie dann so drinnen in diesen Gartenhäuschen. Bringst du das raus? Ja. Na komm, und den Bügeltisch auch. Musik. 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 Bis zum nächsten Mal. Wir haben es endlich geschafft, den Papa zu überreden, sich von seinem alten DVD-Player zu trennen mit dem ganzen Home-Cinema-System. Diese Boxen waren locker schon ein paar Jahre nicht mehr in Betrieb, aber Hauptsache, wie sie haben sie, hat er sich endlich dazu entschlossen, dass wir das wegmachen. Ich glaube, das ist ein erfolgreiches Ausmissprojekt. Ich freue mich auf jeden Fall darüber, weil jetzt haben wir nur mal den Fernseher hier. Das gehört, also das ist von diesem Ding da unten, da ist ja noch eine Box. Willst du mich verraschen? Schatzi, du hast gesagt, es ist okay. Ja, was ist das? Skat-Kabel. Ich meine, ist das nicht 1990? Nein, das ist 2020. Kappel? Nein, nicht welches Jahr wir heute haben. Bitte schaut euch das an und Reisepässe von uns waren da unten auch. Kannst du das? Ja, jetzt sind wir komplett sehr gut. Das sind ganze Spielsachen. Hey, das sind diese Spielsachen, schau mal. Hey, Schokolade, gut, ja? Ja, wir sehen, ob da geschimmelt ist. Schokolade schimmelt. So, Baba, kehrst du jetzt zusammen da hinten? Das ist Laras. Oh mein Gott, es geht ja noch weiter. Was ist das denn? Bist du Naris? Meine Bügelferle in den Schwungs. Wir haben es geschafft. Wir haben den ganzen Dreck hier weggemacht. Zwischen müssen noch gewischt, also mit meinem Dampfreiniger. Bitte schaut euch das an. Ist das nicht cool? Ich habe so von mir, von meinem Büro, so ein schwarzes Regal hergeholt. Aber ich habe mir gedacht, das könnte hier vielleicht cool ausschauen. Und es schaut cool aus, oder Luisa? Ja, Luisa, ich habe das nicht auch. Ja, lass es da drin, nicht da drin herumwummeln, ja? Ja. Ja, hier, diese Ecke ist ausgemistert und sauber. Luisa. Du, du, du. Luisa spielt hier schon mit den neuen Legos, die ich neu umsortiert habe für sie. Ist das cool? Hoppala. Hier. Ich muss nur überlegen, wo ich das hingebe. Diese Kuscheltierbox. Und ich muss noch hier ausmisten. Wir hatten noch eine Bobbycar, das haben wir schon weggebracht. Nach draußen in den Garten. Was machen wir jetzt mit dem? Das gehört ja auch in die Patrick's Kiste, oder? Ja, das geht in die Patrick's Kiste, aber das lassen wir. Aber wenn da auch noch in der Küche was steht, dann spielt doch keiner damit. So, oder soll man da trotzdem hier irgendwas da lassen? Ja, das geht in der Küche. So, meine Lieben, ich bin jetzt fertig. Ich habe jetzt noch den Boden gewaschen mit meinem Dampfreiniger. Ich liebe es, mit dem Dampfreiniger den Boden zu waschen. Dann riecht das ganze Haus wie frisch gebügelt. Es ist einfach so ein super, super Gerät. Das werde ich euch auch verlinken. Das habe ich von Amazon ganz günstig gekauft. Und ja, das war es jetzt mit dem Wohnzimmer-Ausmist-Video. Ich hoffe, ihr hattet eine Freude daran. Es ist wirklich schön geworden, wie man sehen kann. Also die Spielsachen, die nicht mehr gut waren, die sind jetzt weg. Und es schaut einfach so super ordentlich aus. Genauso auch wie hinter mir das Wohnzimmer. Also dieser TV-Schrank mit dem... Ja, wie cool ist das? Ich freue mich so drüber, dass ich diese Idee hatte. Ja, wir haben hier in der Ecke noch ein bisschen Spielzeug. Und wir haben auch die... Moment, ich zeige es euch. Ja, den Bereich hier hinter der Couch mit der Küche. Ja, da haben halt die Kuscheltiere und noch andere Gefährt-Sachen von den Kindern. Muss halt dabei so bleiben. Und hier sind die Hundebetten. Da muss ich noch den Vorhang zumachen. Das war jetzt noch so, weil ich hier meine Kamera drauf hatte. Ja, so schaut das dann hier ungefähr aus. Und das ist jetzt, glaube ich, meine liebste Ecke. Oh, wie cool. Und auch hier wirklich mega cool, dass ich so viel oder wir so viel ausmisten konnten. Ach, bin begeistert. Ja, und das war es jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht, in der Infobox euch den Link anzuschauen bezüglich des Dyson Spring Sales. Nur heute, am 16. April gilt mein Rabattgut mit den 50 Euro. Spring Sale ist aber noch ein paar Tage länger. Also keine Sorge, nur halt der 50 Euro Rabattgutschein Diana Diamanta Spring gilt halt nur am 16. April. Ja, und wir werden die Tage jetzt nochmal die Küche ausmisten. Ganz wichtig, ganz große Baustelle und unser Schlafzimmer. Da haben wir noch ein bisschen an Klamotten zum Ausmisten und den Schrank. Aber die Küche wird eine große Baustelle beim Aufräumen. Da habe ich jetzt schon ein bisschen Bauchweh. Deswegen, ja, bleibt dran. Die Tage wird es noch viele Ausmistvideos geben und viele Putzvlogs und Putzroutinen, weil ich bin richtig in Stimmung. Und ja, ich küss euch meine Lieben, wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss!